Zuhause, das bedeutet Sicherheit. Ein Albtraum, wenn Einbrecher dieses Gefühl zerstören. Alle vier Minuten geschieht in Deutschland ein Einbruch. Doch die Gefahr kommt nicht immer von Kriminellen. Manchmal sind es Nachbarn, die Hausgemeinschaften terrorisieren. Oder Mieter, die Wohnungen ruinieren. Die Zimmerdecken durchlöchert, die Wände aufgeschlagen. Das Badezimmer verwüstet, Toilette und Abfluss mit Schutt verstopft. Diese Wohnung wurde in nur einem Jahr demoliert. Eigentümerin Ute Höderath ist entsetzt. Fängt hier mit der Tür an. Überall die großen Löcher, muss mit einem Hammer gemacht worden sein. Ich weiß es auch nicht, wie man sowas macht. Denn das ist hier übrigens die Küche, oben die ganze Decke. Das Haus in Bergisch Gladbach hat Ute Höderath erst vor zwei Jahren gekauft. Die Immobilie mit drei Wohnungen sollte ihre Altersvorsorge sichern. In dieser Wohnung lebten zwei Schwestern, beide Ende 40. Ihre Miete zahlte das Sozialamt. Dass die Mieterinnen ihre Wohnung mutwillig zerstören, ahnte Ute Höderath nicht. Hier ist das komplette Chaos. Das fängt an hier mit dem Waschböcken. Das kaputt. Die Toilette voller Schutt. Was sicherlich hier oben von der ganzen Decke ist. Hier ist also wirklich die komplette Decke runtergeholt worden. Bilder wie nach einem Erdbeben. Kaum zu glauben. Aber vor einem Jahr erst wurde die Wohnung im ersten Stock frisch renoviert vermietet. Schon kurz nach ihrem Einzug müssen die beiden Mieterinnen damit begonnen haben, mit einem Besen Stiel Löcher in die Decken zu schlagen. Die Nachbarn haben sich immer wieder bei Ute Höderath über Lärm beschwert. Doch niemand wusste, was hier geschah. Ich bin sprachlos, wortlos. Weil so habe ich es mir nicht vorgestellt. Und wie gesagt, das sind Sachen, da bin ich nie mit konfrontiert worden. Und mir schnürt das irgendwie so die Luft weg. Ich kann es ja nur nicht sagen. Der Zustand ihrer Wohnung ist für die Eigentümerin kaum zu verkraften. Auch ihre anderen Mieter mussten ein Jahr lang etliches ertragen. Die Zerstörungen machten Lärm. Ständig war es laut im Haus. Am meisten litt unter dem Krach eine Familie mit Kindern, die nur ein Stockwerk höher lebte. Tja, hier hat eine Dame gewohnt mit zwei kleinen Kindern. Und das ist die Dame, die ausgezogen ist wegen des Lärms unten. Und die konnte es nicht mehr aushalten. Die Wohnung ist groß und hell. Eigentlich sind solche Objekte gesucht. Doch sie steht leer. Durch den ständigen Lärm im Haus konnte Ute Höderath sie nicht neu vermieten. Ein halbes Jahr wohnte die Familie hier. Dann flüchtete sie vor den beiden Schwestern, die ein Stockwerk tiefer wüteten. Helga Pisarski ist eine Nachbarin. Sie hat erlebt, was sich hier abgespielt hat. Ständig war Klopfen, Hämmern und Schlagen zu hören, erzählt sie. Der Terror jede Nacht. Die Kinder konnten nicht mehr schlafen. Die haben also bis nachts zwei, halb drei haben die richtig Krach gemacht. Dann morgens ab sechs Uhr ging es dann wieder weiter. Die Kinder konnten kaum noch schlafen. Die mussten ja zur Schule. Doch Lärm war nicht das einzige Problem. Helga Pisarski sagt, die Schwestern seien aggressiv gewesen. Grundlos hätten sie die Hausbewohner beleidigt, sogar die Kinder. Wenn die hier vorbeigingen, dann hat die also die Kleinen auch aufs Übelste beschimpft und bespuckt. Ute Höderath will, dass wieder Frieden in ihrem Haus herrscht und kündigt den Mietvertrag. Doch ohne Erfolg. Die Schwestern weigern sich auszuziehen. Der Hauseigentümerin bleibt keine Wahl. Vor dem Amtsgericht Bergisch-Gladbach klagt sie Ende 2013 auf Räumung und gewinnt. Am 12.12. war das Gerichtsurteil und ich war sehr erleichtert, dass es nun so weit ist, dass die Damen räumen müssen. Allerdings wusste ich nicht, dass es da noch Fristen einzuhalten geht und das hat dann ziemlich lange gedauert. Auf die Räumung muss Ute Höderath etliche Wochen warten. Als sie die Nebenkostenabrechnung für ihre Mieter machen will, erlebt sie die nächste böse Überraschung. Ende des Jahres habe ich das Wasser abgegeben und Gas und habe festgestellt, dass ein Wasserverbrauch von ca. 1300 Kubikmetern war. Das ist ein Betrag von 6.000 bis 7.000 Euro Wasser und Abwasser. Normal ist also für so eine kleine Wohnung 60, 70 Kubikmeter. Offenbar lassen die Mieterinnen wochenlang Wasser laufen. Die Kosten muss Ute Höderath zahlen. Sie besorgt sich eine richterliche Genehmigung, will die Wasserleitung sperren. Als sie mit dem Installateur im Keller ist, eskaliert die Situation. Da dauerte es keine Minute. Da lief einer der beiden Damen die Treppe runter. Es war kaum zu überhören. Er machte hier oben die Tür auf, hat uns aufs Übelste beschimpft, hat die Tür zugeschlagen und vorne den Riegel vorgeschoben. Eingesperrt im Keller. Ein beklemmendes Erlebnis. Zum Glück hat der Installateur sein Handy dabei. Die Polizei befreit beide. Das ist furchtbar. Ich war froh, dass der Installateur mit dabei war. Also alleine, ich hätte Panik gekriegt. Einen Tag vor der Zwangsräumung endet der Terror. Unbemerkt verschwinden die beiden Mieterinnen aus dem Haus. Erst jetzt erkennt Ute Höderath den Grund für den Lärm und das Ausmaß der Schäden. Rechtsanwältin Silvia Schönenbröcher vertritt die Hausbesitzerin. Sie kennt die Mieterinnen gut. In den letzten 20 Jahren vertrat ihre Kanzlei bereits sieben Vermieter, die von ihnen geschädigt wurden. Es ging immer einher mit Lärmbelästigungen, dass die anderen Mieter sich massiv beschwert haben über Eingriffe in die Privatsphäre durch extreme Lärmbelästigungen. Und auch leider tätliche Angriffe, wie es in dem Fall von Frau Höderath war. In fast allen Fällen konnten die Eigentümer ihre Wohnungen nur mit Räumungsklagen zurückbekommen und blieben auf Schäden sitzen, so wie Ute Höderath. Die Schwestern aber ziehen weiter, von Vermieter zu Vermieter, von Wohnung zu Wohnung und immer bezahlt vom Sozialamt. Das, was hier ein massives Problem darstellt, ist, dass das Sozialamt Kenntnis darüber hat, dass es solche Vorkommnisse gibt. Dass sich das Sozialamt natürlich schon darüber durchaus bewusst ist, dass es im nächsten Mietverhältnis genau die gleichen Probleme wieder geben wird. Sozialamt Bergisch-Kladbach. Beate Schlich leitet den zuständigen Fachbereich der Stadt. Wir zeigen ihr Aufnahmen aus der zerstörten Wohnung von Ute Höderath, für die das Sozialamt die Miete gezahlt hat. Das, was jetzt hier passiert ist, die Bilder, die sie mir eben auch gezeigt haben, die entsetzen mich auch. Und ich kann verstehen, dass ein Vermieter, dem sowas passiert, verzweifelt ist. Das ist mir völlig klar. Gegen den Vandalismus aber könne das Amt nichts tun. Fakt ist, die Frauen haben einen Rechtsanspruch auf Zahlung ihrer Miete durch das Sozialamt. Warum sie Wohnungen beschädigen und immer wieder mit Nachbarn streiten, ist unklar. Natürlich ist das so, wenn wir in einem Fall wissen, da hat jemand Probleme gesundheitlicher Art oder sonst welcher Art, dann versuchen wir auch auf die Menschen einzuwirken und machen denen Hilfsangebote. Aber wir sind auch immer darauf angewiesen, dass die Menschen diese Hilfsangebote annehmen. Wenn die das nicht machen, dann können wir auch relativ wenig ausrichten. Wir bitten die ehemaligen Mieter um ein Interview oder eine schriftliche Stellungnahme. Wir wollen erfahren, was in der Wohnung von Ute Höderath geschehen ist und wie es zum Streit mit den Nachbarn kam. Doch wir erhalten von den Schwestern keine Antwort. Ute Höderath wird ihr Haus verkaufen müssen. Über 30.000 Euro beträgt der Schaden. Dafür reichen ihre Ersparnisse nicht. Eine Schadensersatzklage gegen die mittellosen Schwestern ist sinnlos. Fälle wie dieser, in denen Wohnungen so ruiniert werden, sind extrem und eher die Ausnahme. Ein anderes Problem jedoch findet immer häufiger statt. Einbruch. Alle vier Minuten schlagen in Deutschland laut Statistik Einbrecher zu. Ein Albtraum für jeden Hausbesitzer oder Mieter. Über 140.000 Einbrüche pro Jahr registriert die Polizei. Tendenz steigend. Die Kommissare Sprotte und Mülders auf dem Weg zum Tatort. Ein Einfamilienhaus in Viersen. Ja, es ist ein Einbruch gemeldet worden. Vermutlich in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr. Eine alleinstehende Frau. Und müssen wir jetzt erstmal gucken, was an Spuren da ist, was wir hier aufnehmen können. Die 74-jährige Irmgard S. kam gerade vom Einkaufen. Da hörte sie ein Poltern in ihrem Wohnzimmer. Was ist denn passiert? Jetzt sind die wohl reingekommen. Die Tür war offen, als ich nach Hause kam. Durch die Terrassentür kamen die Einbrecher ins Haus. Und so sind sie auch wieder geflüchtet. Dann bin ich nach oben gerannt und da sah ich dann, dass die oben Kleiderschränke alles aufgerissen haben. Auf der Suche nach Geld und Schmuck haben die Täter das gesamte Schlafzimmer durchwühlt. Profis wissen, wo sie suchen müssen. Erklärt Kommissar Sprotte. Das erleben wir häufig an Tatorten, dass im Wesentlichen das Schlafzimmer betroffen ist. Weil eben halt hier häufig der Schmuck und auch Geld aufbewahrt wird. So war es auch hier. Aus den Schränken im Schlafzimmer sind Schmuck und mehrere hundert Euro Bargeld verschwunden. Kommissar Mülders sucht im Garten nach Spuren der Täter. Die Einbrecher sind hier auf das Grundstück gekommen. Ungestört konnten sie die Terrassentür aufhebeln. Ja, hier stehen zwar Häuser direkt nebenan, aber wenn man einmal hier um die Ecke ist, dann ist man sichtgeschützt durch diese Mauern. Die sollen, denke ich mal, ein bisschen Wind abhalten und auch für eine etwas privatere Atmosphäre sorgen. Aber dadurch hat es dann auch der Täter etwas einfacher. Fenster und Terrassentüren ohne Zusatzsicherung sind für Einbrecher schon mit ganz simplem Werkzeug schnell zu knacken. Ein Schraubendreher vermutlich mit einer breiten Klinge. Und das hat dann gereicht. Hier sind ja auch keine Haken und nichts. Kommissar Mülders untersucht die Fensterscheibe auf Fingerabdrücke der Einbrecher. Ein Rußpulver soll sie sichtbar machen. In der Nähe des Türgriffs wird er fündig. Das sind nur Wischspuren. Die Täter waren Profis. Sie haben Handschuhe getragen. Irgendwelche verwertbaren Schuhen hier? Ne, leider nicht. Irmgard S. wusste schon, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt. Aber dass es bei mir passiert, da denke ich ja nicht dran. Noch weiß sie nicht, was ihr alles fehlt. Ihrer Hausratversicherung wird sie den Schaden belegen müssen. Für Bestohlene oft ein Problem. Ich rate denen, die Schmuckgegenstände einzeln zu fotografieren. Vielleicht auch aus verschiedenen Winkeln. Und sich eine Auflistung zu machen über den Schmuck, den man hat. Mit Besonderheiten, zum Beispiel Gravuren. Für Irmgard S. ist der Einbruch ein Schock. Erst vor vier Wochen ist ihr Mann verstorben. Jetzt lebt sie allein und hat Angst. Ich kann hier nicht bleiben. Es ist unmöglich. Das Haus werde ich verkaufen. Das steht jetzt schon fest. Also hier bleibe ich nicht. Stellen Sie sich vor, das passiert nochmal. Wie Irmgard S. leiden viele Opfer lange unter der Tat. Das Kommissariat für Wohnungseinbrüche hat es seit langer Zeit mit einem neuen Typus Täter zu tun. Einbrecherbanden ziehen von Stadt zu Stadt und über die Dörfer. Sie sind schnell, skrupellos und hinterlassen kaum Spuren. Bis die Beamten am Tatort eintreffen, sind die mobilen Täter meist über alle Berge. Wir sind ja hier im Landkreis eingerahmt von den Autobahnen. Und wir haben hier die A61, die zieht sich quer durch den Kreis. Und entlang der Autobahn eben die Häufung der Einbrüche. Das kann man zurückführen auf mobile Tätergruppen. Die sind bandenmäßig organisiert. Die kommen aus Osteuropa. Wieder klingelt das Telefon. Die Kommissare werden zum nächsten Tatort gerufen. Statistisch geschieht in Deutschland alle vier Minuten ein Einbruch. Harter Alltag für die Kommissare. Guten Tag, Sprotte von der Kriminalwache in Ziersen, Kollege Mülders. Bei Ihnen ist es eingebrochen worden. Ja. Können wir mal reinkommen, uns das mal anschauen. Ja, stimmt gar nicht. Und wieder ist das Schlafzimmer der Tatort. Alles ist durchwühlt, die Schmuckkassetten aufgerissen. Stefanie K. und ihr Mann waren nur kurz unterwegs. Als sie nach Hause kamen, stand das Fenster in der Küche offen. Bruno ist zwar groß, aber kein Wachhund. Die Einbrecher haben ihn wahrscheinlich geschlagen oder getreten. Völlig verstört sucht er Schutz unter dem Küchentisch. Die Familie hat richtig Pech. Der Einbruch heute ist bereits der zweite. Nicht nur für Bruno ein traumatisches Erlebnis. Was wurde Ihnen da geklaut? Schmuck, Geld und alles durchwühlt. Fühlen Sie sich hier jetzt noch wohl oder sicher? Wohlfühlen im Moment nicht. Das dauert ein bisschen, bis man wieder so ein bisschen... Die ersten Nächte werden wieder schlaflos werden. Weil das ja nun mal nicht das erste Mal ist. Das dauert ein paar Tage. Das dauert ein paar Tage. Klar. Kommissar Sprotte sucht Spuren. Das Tatwerkzeug wieder ein schlichter Schraubendreher. Man sieht also hier oben eine Hebelmarke und hier unten eine Hebelmarke. Also zwei an sich kleine Hebelmarken haben ausgereicht, dieses Fenster aufzuhebeln. Trotz aller Sorgfalt bleibt die Suche nach Fingerabdrücken auch hier erfolglos. Es ist halt so, dass viele Täter, eigentlich die meisten Täter mittlerweile mit Handschuhen arbeiten. Dementsprechend keine Fingerabdrücke mehr am Tatort hinterlassen. Stefanie und Hans-Peter K. sind einer von 700 Einbruchsfällen, die sich in Viersen jährlich ereignen. Die Täter sind schnell und erfolgreich. Dass sie auf frischer Tat ertappt werden, kommt äußerst selten vor. Ob auch bei ihr Schmuck gestohlen wurde, kann Stefanie K. noch nicht sagen. Ich kann noch nichts feststellen. Ich kann wirklich, also ich sag jetzt eher mal nein. Ich denke mal, wir haben die gestört. Profis hinterlassen selten verwertbare Spuren. Dennoch wird der Tatort präzise unter die Lupe genommen. Manchmal finden sich dabei Hinweise. Kommissar Sprotter entdeckt etwas auf dem Boden. Mit einer Gelfolie sichert der Beamte den Abdruck. Das Schuhprofil ist gut zu erkennen. Das wird jetzt zur kriminaltechnischen Untersuchungsstelle nach Mönchenglöppbach versandt, die eine Schuhspurensammlung unterhalten. Und da wird dann dieser Schuhabdruck abgeglichen. Oft kommen Diebe sehr einfach in Wohnungen und Häuser. Um es ihnen schwerer zu machen, rät Mülders. Sich rechtzeitig, und zwar vor einem Einbruch, darum zu kümmern, dass die Häuser entsprechend gesichert sind. Denn nach einem Einbruch ist nicht nur der Schmuck weg, sondern wie man ganz deutlich in den Fällen gesehen hat, das Sicherheitsgefühl. Also wie wohl fühle ich mich zu Hause? Das leidet unheimlich. Um sich vor Einbrechern zu schützen, sollten vor allem Türen und Fenster zusätzlich gesichert sein. Die nötige Technik bekommt man zum Beispiel bei Schlüsseldiensten. Doch hier ist Vorsicht geboten, denn einige Anbieter verlangen für ihre Dienstleistungen weit überhöhte Preise. Frechen bei Köln. Hedwig Maxrath steht vor ihrer Haustür. Doch sie lässt sich nicht öffnen. Die Hausbesitzerin hat den richtigen Schlüssel, aber der Schließzylinder lässt sich nicht drehen. Durch eine offene Terrassentür gelangt sie ins Haus. Ja, die Tür ließ sich nicht öffnen und für allein. Ich denke, mein Mann, der ist auch nur kurz weg. Der schließt doch nicht ab, wenn er geht. Und ich bin zu Hause. Und einen Schlüssel geholt, ging aber auch nicht. Ging zwar rein, aber ließ sich nicht drehen. Hedwig Maxrath braucht einen Fachmann. In den gelben Seiten sucht sie nach einem Schlüsseldienst in der Nähe. Aus den vielen Firmen-Einträgen entscheidet sie sich für ein Unternehmen aus ihrem Wohnort. Angegeben ist eine Nummer ohne Vorwahl. Es meldet sich eine freundliche Stimme. Und die sagten, ja, wir sind direkt in der Nähe, in einer halben bis dreiviertel Stunde sind wir da. Das war korrekt. Die waren da, kamen zu zweit, hielten mir dann als erstes einen Zettel hin, den ich unterschreiben musste. Hedwig Maxrath zeigt uns diesen Zettel. Bevor die Monteure mit der Arbeit beginnen, muss sie einen sogenannten Grundpreis von 159 Euro akzeptieren. Sie fragten ja, ob es dabei bliebe. Und da hat er gesagt, nee, das könnt ihr nicht garantieren. Das hat er von vornherein gesagt. Also er hat sich nicht festgelegt. Die Monteure arbeiten wenige Minuten. Sie bauen das Schloss aus und ersetzen es durch ein neues. Dadurch verdreifacht sich der Preis. Am Ende stehen 460 Euro auf der Rechnung. Zahlbar sofort. Haben Sie sich denn unter Druck gefühlt? Ja, natürlich. Also die waren zu zweit und ich war völlig allein. Und wie gesagt, ich bin ja nicht mehr die Jüngste und dann wusste ich auch nicht, was ich machen sollte. Wir nehmen die Rechnung mit, wollen das Unternehmen fragen, wie dieser hohe Preis zustande kommt. Westdeutsche Schlüsselnotdienst GmbH lautet der Name der Firma auf der Rechnung. Als Firmensitz ist eine Adresse im Kölner Norden angegeben. Wir finden das Haus in einem Wohngebiet. Doch hier gibt es weder ein Schild noch einen Briefkasten, der auf einen Schlüsseldienst hinweist. Auf der Rechnung ist eine Telefonnummer angegeben. Wir versuchen es mehrfach auf diesem Weg. Doch es meldet sich immer nur die Mailbox. Bitte sprechen Sie nach dem Ton. Das Unternehmen ist für uns leider nicht erreichbar. Wir ziehen einen Experten zu Rate. Siegfried Mantik, Gutachter für Metallbau der Handwerkskammer Köln. Er soll die Rechnung von Hedwig Maxrath beurteilen. Der Sachverständige findet klare Worte. Der erste Kostenpunkt, die Türöffnungspauschale mit 159 Euro viel zu hoch. Die Lohnkosten mit 29,90 Euro die Viertelstunde. Dann muss man sich mal hochrechnen, da sind wir bei über 120 Euro Stundensatz. Den hätte jeder Handwerker gerne. Dann ist das Roram-Schloss mit 109 Euro, dürfte maximal 30 kosten. So absolut überzogen, mit einem Preis von 460 Euro viel zu teuer. Hätte ein örtlicher Schlüsseldienst in der gleichen Zeit gemacht, vielleicht zwischen 120 und 160 Euro. Mindestens 300 Euro hat die Hausbesitzerin nach Meinung des Gutachters zu viel gezahlt. Für Mantik kein Einzelfall. Überhöhte Preise würden von sogenannten Schlüsseldienstzentralen vorgegeben. Der Gutachter zeigt uns die gelben Seiten. Auf den ersten Blick gibt es viele verschiedene Schlüsseldienste. Dahinter aber, sagt er, verbirgt sich meist ein Callcenter. Diese Geschichten haben schon ein System hinter. Weil es läuft über eine Zentrale und diese Zentrale verteilt die Aufträge und die Zentrale bestimmt die Preise. Der Monteur vor Ort hat da wenig Einfluss drauf. Der muss Umsatz machen. In Köln wollen wir einen anderen Schlüsseldienst rufen und prüfen, wie leicht man in die Kostenfalle geraten kann. Experte Siegfried Mantik zeigt, wie schnell und mit welch geringem Aufwand eine zugefallene Tür zu öffnen ist. Der Handwerker geht mit der Nadel hier rein, fühlt. Da ist die Falle. Drückt und macht auf. Acht Sekunden. Ist nicht abgeschlossen, benötigt ein Fachmann nur Sekunden und die Tür ist offen. Darf das mehrere hundert Euro kosten? Wenn die Tür nur zugezogen ist, kann man jetzt hier in dem Fall Kosten über Tag von 60 bis maximal 90 Euro verlangen. Einschließlich der Mehrwertsteuer, also im Prinzip als Festpreis. In den gelben Seiten suchen wir nach einem Schlüsseldienst in der Nähe. Die Auswahl scheint groß. Wir entscheiden uns für ein Unternehmen, wenige Straßen entfernt. Wir wollen schnelle Hilfe und keine hohen Anfahrtskosten. Also Sie sagen, direkt kommt er los. Also Sie sind ja hier um die Ecke. Hohe Straße, ist das richtig? Ja. Und wie viel wird das ungefähr kosten? Er schaut sich das an und wird dann die günstigste Variante machen, sagen Sie. Nach knapp einer Stunde erscheint der Monteur. Mit einer versteckten Kamera zeichnen wir auf, was passiert. Gleichzeitig verfolgt Siegfried Mantik das Geschehen im Treppenhaus auf einem Bildschirm, um zu sehen, wie der Monteur dort vorgeht. Der Mann hat sich Tür und Schloss angesehen. Die Öffnung sei nicht leicht, erzählt er uns. Ja, wenn ich mir jetzt die Tür so angucke, kann man das schon als Standard bezeichnen. Aber trotzdem muss ich auf jeden Fall mal Hand anlegen, weil die ist schon echt super abgesichert. Das könnte mir viel Arbeit machen. Reine Taktik, sagt der Experte. Zeitschinden und den Arbeitsaufwand großreden. Ja, das ist so erstmal diskutieren, nichts machen, viel diskutieren, viel Rauch um nichts machen. Jetzt will der Monteur von uns eine Unterschrift. Vorher könne er nicht mit der Arbeit beginnen. Als der Vertrag unterschrieben ist, geht plötzlich alles ganz schnell. In Sekunden ist die Tür offen, so wie es der Experte gezeigt hat. Doch der Preis ist heftig. 230 Euro für 10 Sekunden Arbeit. Wir fragen, warum so teuer? Die Antworten sind ausweichend. So, und dann wird der Monteur nochmal separat bezahlt, weil es ein 24-Stunden-Service ist. So, und dann nochmal die reine Dienstleistung wird quasi bezahlt für die ersten 15 Minuten. Und so kommen sie im Endeffekt nach der Richtlinienpreisrichtung im Bundesverband Deutscher Schlüsseldienste auf die 159 N-Preis. Plus Anfahrtskosten und Mehrwertsteuer. Wir geben uns zu erkennen. Den Preis des Verbandes der Schlüsseldienste lässt Mantik nicht gelten. Hinter dem Verband stünden die gleichen Personen wie hinter der Schlüsseldienstzentrale. Also das ist aufgeblasen von diesem Verband, in Anführungsstrichen, der da die Preise nennt. Er ist ja, sag ich mal, auch nicht ein Angestellter dieser Firma. Er ist ja auch nur im Prinzip ein Subunternehmer, der Aufträge kriegt von dieser Zentrale. Zu einem Interview über die Methoden der Schlüsseldienstzentrale ist der Monteur nicht bereit. Später sagt er uns, dass er als selbstständiger Unternehmer alleine kaum genügend Aufträge bekomme und auf die Zusammenarbeit mit der Zentrale angewiesen sei. So funktioniere das Geschäftsmodell, sagt der Gutachter. Die bundesweit agierenden Zentralen kassieren ab und die Kunden zahlen weit überhöhte Preise. Diese Zentralen haben einen Umsatz von 18 Millionen Euro. Wenn der Monteur dann, wie hier in diesem Falle, 230 Euro umsetzt, bekommt er davon vielleicht zwischen 10 und 30 Prozent. Und den Rest stecken die Zentralen sich in die Tasche. Gegen dieses System ermittelt bereits die Staatsanwaltschaft Klebe. In Mörs treffen wir Oberstaatsanwalt Günther Neifer. Insgesamt belaufe sich der geschätzte Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Bislang liegen uns circa 300 Fälle, also 300 Strafanzeigen vor, die wir bearbeiten, die aus dem gesamten Bundeskrieg, wie gesagt, bei uns aufgelaufen sind. Den Beschuldigten wird insbesondere der Vorwurf gemacht, einen gewerbsmäßigen Bannenbetrug begangen zu haben. Sie sollen so unsere bisherigen Ermittlungen im Rahmen von Türöffnungen, von Schlüsseldienstleistungen betrügerisch vorgegangen sein. Und die Masche ist nicht neu. Im Visier der Ermittlungen steht ein 53-jähriger Mann, der schon einmal rechtskräftig wegen Betrugs verurteilt wurde. Einer dieser beiden Beschuldigten ist bereits einschlägig mal in Erscheinung getreten. Er ist wegen gleichartiger Gelikte vom Landgericht Klebe zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, die er zum überwiegenden Teil auch verbüßen musste. Das Geschäft mit Türöffnungen scheint sich zu lohnen. Die Zahl der Kunden ist riesig. Täglich stehen Menschen ohne Schlüssel vor ihren Türen. Wer Hilfe braucht, sucht meist im Branchenbuch. Hier arbeiten die Schlüsselzentralen mit einem Trick. Was aussieht wie Einträge vieler Firmen, ist eine Werbeanzeige, geschaltet von einem Unternehmen. Wir testen, ob Leser das erkennen. Wenn Sie sich diese Seite hier anschauen, was sehen Sie da? Können Sie das ein bisschen beschreiben? Verschiedene Telefonnummern von verschiedenen Schlüsseldienstanbietern. Also wenn Sie jetzt hier reingucken würden, sieht das für Sie aus? Das wären alles unterschiedliche Unternehmen. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass das alles ein Unternehmen ist, es ist eine Werbeanzeige. Diese ganzen Nummern, die Sie auf der Vorderseite sehen, die laufen alle auf eine Rufnummer. Was sagen Sie da? Ja, ist schon erstaunlich. Da scheint sich ja irgendwie ein Geschäftsmodell dahinter zu verbergen. Würden Sie hier anrufen, wenn die Tür zugefallen wäre? Erfahrungsgemäß nein. Also uns ist es einmal passiert und es hat dann 300 Euro gekostet für zweieinhalb Sekunden Arbeit. Dementsprechend würde ich es nicht mehr machen. Und wirkt es auf Sie wie Werbung im ersten Eindruck? Ja, aber für viele verschiedene, muss ich sagen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass alles überein läuft. Wir wollen wissen, wer steckt hinter dem Geschäft mit teuren Türöffnungen. Der Monteur in unserem Test nannte den Verband Deutscher Schlüsseldienste. Wir finden den Verband im Internet und eine Adresse in Düsseldorf. Steht dieser Verband in Zusammenhang mit den Schlüsseldienstzentralen? Wir recherchieren weiter, finden die Internetseite der Deutschen Schlüsseldienstzentrale. Und tatsächlich, im Impressum wird die gleiche Adresse genannt, die auch der Verband als Sitz angibt. Wir fahren nach Düsseldorf. Vor Ort finden wir an der angegebenen Adresse ein kleines Ladenlokal. Das Geschäft wirkt verlassen, die Innenausstattung veraltet. Es ist niemand zu sehen. Auch die Tür ist verschlossen. Auf einem Schild eine Telefonnummer. Unter dieser könne man einen Termin vereinbaren. Die Leitung ist frei, doch es klingelt durch. Trotz mehrmaliger Versuche erreichen wir niemanden. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Corinna Reisewitz berät häufig Menschen, die überhöhte Preise für Türöffnungen zahlen mussten. Geld zurückzukriegen sei schwierig, sagt sie. Und dann muss man wirklich klagen und vor Gericht muss man dann beweisen, dass der Preis überhöht ist, dass das Bucher ist. Und das ist eine sehr schwierige Angelegenheit und vor allem eine teure Angelegenheit, weil man da einen Sachverständigen dazu holen muss. Im Notfall ist kaum Zeit, Seriöse von unseriösen Schlüsseldiensten zu unterscheiden. Deshalb rät die Verbraucherschützerin, sich darauf vorzubereiten. Denn irgendwann passiert es jedem. Tür zu, Schlüssel drinnen. Also mein ganz persönlicher Tipp ist einfach, dass man den Schlüssel beim Nachbarn deponiert, um da überhaupt nicht in die Gefahr zu kommen, einen Schlüsseldienst rufen zu müssen. Oder dass man sich weit im Voraus, bevor die Tür zufällt, sich einen Schlüsseldienst raussucht, bei dem man wirklich weiß, was für Preise der nimmt und wo der Schlüsseldienst seinen Sitz hat. Nicht alle Schlüsseldienste nehmen überhöhte Preise. Seriöse Unternehmen öffnen Türen zu fairen Preisen und beraten sachgerecht zum Thema Sicherheit und Schutz vor Einbrechern. Doch das beste Schloss hilft nicht, wenn Dieben und Betrügern die Tür geöffnet wird. Als falsche Wasserwerker gelangen immer wieder Tricktäter in Häuser und Wohnungen. Ihre Beute, Geld und Schmuck. Mit den Dieben verschwindet oft auch das Gefühl der Sicherheit im eigenen Heim. In Köln leitet Christoph Heinen das Kommissariat 25. Er fahndet nach Trickdieben, die ältere Menschen in ihren Wohnungen bestehlen. In diesem Haus kam es leider Gottes zu einem verendeten Diebstahl. Täter, die sich als Wasserwerker ausgegeben haben, haben eine ältere Dame um ihr ab und gut erleichtert. Wir haben jetzt glücklicherweise Personen festnehmen können. Christel Warnecke lebt allein im ersten Stock. Kommissar Heinen will wissen, ob die Festgenommenen dieselben Männer sind, die auch bei ihr zugeschlagen haben. In der eigenen Wohnung bestohlen zu werden, bis heute ein Schock für die Rentnerin. Ja, ich habe immer noch Albträume davon. Von dieser Geschichte. Und gucke mich um, wenn ich ins Haus gehe, ob da vielleicht hinter mir einer auf einmal ist. Du kannst nicht schaden. Nee, aber ich finde das ganz furchtbar traurig, dass man so misstrauisch wird. Der Schrecken sitzt tief. Christel Warnecke erzählt uns, wie es zu der Tat kam. Sie war gerade vom Einkaufen zurückgekehrt. Da klingelten zwei Männer an ihrer Tür. Ich habe hier oben durch den Spion geguckt und dann zeichnen die mir einen Ausweis, Installation, irgendwas. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und dann war es schon zu spät. Die vermeintlichen Installateure behaupten, es gäbe Probleme mit den Wasserleitungen. Sie müssten deshalb alle Anschlüsse überprüfen. Aus Angst vor einem Wasserschaden lässt Christel Warnecke die fremden Männern ihre Wohnung. Der eine hat mich sofort am Arm gepackt. Wo haben sie hier das Wasser? Und dann hat er mich in die Küche gezogen. Und dann hat er unter dem Waschtisch nachgeguckt und da rumgefummelt. Und dann sagte er auf einmal, gucken Sie mal, ist alles nass, alles nass. Und zeigte mir seinen nassen Handschuh. Ein Trick, um die Rentnerin in der Küche festzuhalten, während der zweite Mann bereits im Schlafzimmer nach ihrem Schmuck sucht. Christel Warnecke merkt, dass etwas nicht stimmt. Wehren kann sie sich gegen die beiden kräftigen Männer aber nicht. Ich habe immer gerufen, da ist kein Wasser und kein Wasseranschluss. Aber der hörte natürlich nicht. Und ich habe nicht gewusst, was soll ich machen. Ich hatte auf einmal furchtbare Angst. Nach wenigen Minuten verschwinden die beiden Männer so schnell, wie sie gekommen sind. Nachdem sie ihre Wohnung verlassen haben, geht Christel Warnecke sofort ins Schlafzimmer. Dort bewahrt sie Schmuck und Wertsachen in einem Kasten auf. Als sie das Zimmer betritt, erlebt sie eine böse Überraschung. Und habe gedacht, ich sehe nicht recht. Der Kasten ist weg. Wieso ist der Kasten weg? Die hellere Holzfläche zeigt, wo ihr Schmuckkasten viele Jahre gestanden hat. Die Täter haben ihn mitsamt des wertvollen Inhalts mitgehen lassen. Ich kann wohl sagen, das ist Schmuck im Wert von mindestens 20.000 Euro. Besonders bitter, weil sie die Täter in die Wohnung ließ, ersetzt ihre Hausratversicherung keinen Cent. Der materielle Verlust ist ärgerlich. Viel schlimmer aber sind all die gestohlenen Erinnerungen. Mein Mann und ich, wir haben viele Reisen gemacht. Wir waren ja kinderlos. Und überall, wo wir waren, hat mein Mann mir ein Schmuckstück gekauft. Der war sehr großzügig. Und da hängen also sehr viele Erinnerungen dran. Als Christel Warnecke den Diebstahl bemerkt, ruft sie sofort die Polizei. Aber die Täter sind längst verschwunden. Nun hat Kommissar Heinen neue Hinweise. Wir haben hier mal ein paar Lichtbilder mitgebracht für Sie. Und zwar haben wir Leute festgenommen, die auch auf die vergleichbare Art und Weise wie bei Ihnen alte Leute übers Ohr bauen haben. Der Kommissar zeigt Fotos von Männern, die als falsche Wasserwerker bereits erwischt worden sind. Christel Warnecke soll versuchen, die Täter, die ihren Schmuck gestohlen haben, genau zu erkennen. Doch das ist schwer. Leider Gottes war keiner dabei. Nein, also ich habe keinen wiedererkannt. Und ich kann ja nicht sagen, der ist es, wenn ich nicht sicher bin. Christel Warnecke kann keinen der Täter genau identifizieren. Für Kommissar Heinen keine Überraschung. Er weiß, warum nur selten jemand erkannt wird. Auf den Lichtbildern, die wir vorliegen haben, sind teilweise die Versuchern anders, anders gefärbt. Oder die Frauen haben sie nach hinten gebunden. Oder da ist eine Mütze im Spiel oder wie auch immer. Und das wissen die Täter und nutzen das ganz bewusst aus. Die sind sich sicher, dass die alten Leute nicht in der Lage sind, sie wiederzuerkennen. Da vor Gericht, kleine Verurteilung, nur absolut sichere Identifizierungen zählen, suchen sich die Täter gezielt alte Menschen als Opfer aus. Polizeipräsidium Köln. Im Schnitt werden hier pro Tag mindestens zwei Taten falscher Wasserwerker oder anderer Trickdiebe angezeigt. Doch einige Gauner hatten Pech. Kommissar Heinen und seine Kollegen konnten mehrere Täter festnehmen. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung kam eine Menge Diebesgut wieder zum Vorschein. Wir haben bei einer größeren Untersuchungsaktion und Festnahmeaktion verschiedene Schmuckteile sicherstellen können. Die werden hier im Internet eingestellt, damit die Geschädigten und die Opfer die Möglichkeit haben, ihren Schmuck zu identifizieren. Und wir die Möglichkeit haben, den Tatverdächtigen weitere Taten zuzuordnen. Um Trickdiebstahl zu verhindern, sollte man fremde Menschen grundsätzlich nicht in die Wohnung lassen, rät der Kommissar. In einer älter werdenden Gesellschaft sieht der Polizist aber auch die Nachbarn in der Verantwortung. Eine ältere Dame bekommt von einem fremden Menschen Besuch. Da mische ich mich ein, da gehe ich hin, kann ich helfen. Dadurch ist schon Öffentlichkeit hergestellt und der Betrugsversuch oder Diebschatzversuch wird im Keim erstickt. Das heißt, wir als Gesellschaft haben auch eine Aufgabe, daran mitzuwirken, dass es zu diesen Straftaten erst gar nicht kommt. Immer mehr Senioren leben alleine. Eine etwas wachsamere Nachbarschaft könnte viele Taten verhindern. Die Kriminalstatistik belegt, ältere Menschen werden immer häufiger Opfer von Betrügern. Eine besonders perfide Masche, der sogenannte Enkeltrick. Allein in Hessen wurden 2012 über 470 solcher Fälle angezeigt. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher. Wie raffiniert der Enkeltrick funktioniert, hat Klaus Bischoff aus Limburg erlebt. Der Rentner ist gerade vom Einkaufen nach Hause gekommen, als sein Telefon klingelt. Bischoff. Am Telefon eine Frau. Sie nennt keinen Namen, fragt stattdessen. Ja, hallo. Weißt du denn, wer dran ist? Nee, keine. Weiß ich jetzt nicht. Wer ist denn das bitte? Wir sprechen da. Prat doch mal. Das muss ich mal überlegen. Erkennst du meine Stimme nicht? Eventuell Annemie? Ja, genau. Ah, grüß dich, Annemie. Hallo. Du, sag mal, ich habe ein Problem. Könntest du mir da vielleicht helfen? Annemie ist eine Freundin der Familie. Die Fremde gibt sich als diese aus. Sie behauptet, sie sei bei einem Notar, wolle eine Wohnung kaufen. Leider sei eine Überweisung schief gegangen. Sie bittet Klaus Bischoff zu helfen. Mit 26.000 Euro. Und ich habe dann gesagt, ja, also im Moment ist das ein bisschen schwierig, nicht? Ich habe mein Geld auf Tagesgeldkonten gebunkert, muss dann erst mal auf mein Referenzkonto überweisen. Da sagte sie dann, naja, versuch doch mal mit einer Blitzüberweisung das auf dein Konto zu überweisen. Und da habe ich gesagt, ja, okay, mache ich, versuche ich. Klaus Bischoff will helfen und macht sich sofort auf den Weg zur Bank. Dass er der Anruferin den Namen Annemie selbst genannt hat, fällt ihm nicht auf. Er hebt 26.000 Euro von verschiedenen Konten ab und kehrt sofort wieder heim. Kaum zu Hause klingelt das Telefon wieder. Offenbar wurde er beobachtet. Die Betrügerin weiß, dass er wieder da ist. Zur Betrugsmasche gehört, den Opfern keine Zeit zum Nachdenken zu lassen. Hast du das Geld bekommen? Warst du bei der Bank? Ich war bei der Bank. Ich habe das Geld hier in der Hand. Ja, super. Klasse, vielen Dank. Hast du alles bekommen? 26.000 Euro? Ich habe alles gekriegt, ja. Schön. Ich danke dir, das ist ganz lieb von dir. Du, pass auf, ich habe noch ein Problem. Ich sitze jetzt hier noch beim Notar. Die Betrügerin erklärt, dass sie leider nicht persönlich das Geld holen könne. Sondern der Notar hat sich bereit erklärt, seine Sekretärin zu schicken, um das Geld abzuholen. War für mich eigentlich der erste Hinweis, wo ich hätte misstrauisch werden müssen. Aber die ganze Sache ist für mich so eine Art interessanterweise, so eine Art Gehirnwäsche gewesen. Man hat mich auf Sicherheit gewiegt. Sie hat gemerkt, dass wir hilfsbereite Menschen sind. Sie hat gemerkt, da ist Geld zu holen. Die Geldübergabe ist für die Betrüger der gefährlichste Moment. Schon häufiger sind Abholer dabei festgenommen worden. Deshalb haben die Täter sich noch einen Trick ausgedacht. Noch während Klaus Bischoff auf die vermeintliche Notariatsmitarbeiterin wartet, erreicht ihn ein merkwürdiger Anruf. Der Mann, der da am Telefon war, sagte, er wollte gerne seinen Kollegen sprechen. Ich sage, hier ist keine Kriminalpolizei. Ja doch, aber wir haben doch hier jemanden zu Ihnen geschickt. Das ging dann so ein bisschen hin und her. Ich wurde dann ungeduldig. Ich sagte dann, junger Mann, glaube ich. Sie können versichert sein, hier ist niemand von der Kriminalpolizei. Mit diesem Anruf haben sich die Täter davon überzeugt, dass Klaus Bischoff nicht die Polizei informiert hat. Da die Abholerin angeblich seine Wohnung nicht findet, soll er jetzt runter auf die Straße kommen. Vor dem Haus trifft er eine Frau. Dann habe ich noch gesagt, ja, wollen Sie das Geld nicht nachzählen? Nein, 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 das ist alles ganz, ganz dringend. Dann habe ich ihr das Geld übergeben. Wie viel Geld haben Sie ihr gegeben? 26.000 Euro. Die Frau verschwindet schnell und erst jetzt kommen dem Rentner Zweifel. Mitten auf dem Weg da fiel mir das wie Schollklappen von den Augen. Was hast du eigentlich hier für einen Blödsinn angerichtet? Einer völlig fremden Menschen einen Haufen Geld zu übeln. Ohne Absicherung, ohne Quittung. Und dann bin ich also erstmal ganz schnell in meine Wohnung gegangen und habe diese Anämie, unsere richtige Anämie angerufen. Und die meldete sich dann. Ich sage, ich denke, du bist beim Notar in Koblenz. Was soll ich denn beim Notar in Koblenz? Und da war für mich klar, dass ich so richtig ausgenommen worden bin. Mit dem Enkeltrick betrügen organisierte Banden seit Jahren ältere Menschen um ihr Erspartes. Auf mehr als 12 Millionen Euro schätzt die Polizei den jährlichen Schaden. Ich war mir immer sicher, mir würde sowas nie passieren. Und dann kommt so eine Masche und wissen Sie, das ist auf der anderen Seite auch richtig interessant, was mit mir passiert ist. Ich habe es heute verkraftet, ärgere mich fürchterlich, wenn ich wieder daran denke. Aber ich kann mich auch neben mich selbst stellen und sagen, Mensch, also was kann über mich lachen wieder. Was bist du für ein Idiot? Aber es ist im Grunde genommen eine Mordschweinerei, was da passiert. Der 82-Jährige hat gegen die Täter Anzeige erstattet. Kommissar Uwe Meissner weiß, Bischof ist kein Einzelfall. Die Täter haben in Limburg am gleichen Tag ihre Betrugsmasche noch bei mehreren Rentnern probiert. Klaus Bischof hat den Verlust von 26.000 Euro finanziell und emotional verkraftet. Doch, so Kommissar Uwe Meier, viele Opfer des Enkeltricks geraten in finanzielle Not, schämen sich und manche versinken nach der Tat in Depressionen. Immer wieder klärt die Polizei mit Kampagnen über den Enkeltrick auf, warnt Senioren und Angehörige vor den perfiden Betrügern. Das ist schon ganz schön schlimm, was da passiert. Und viele, die in dieser Situation eben betrogen werden, die verlieren ihre gesamten Ersparnisse. Und welche Tipps können Sie jetzt Menschen geben, nicht auf diesen Trick reinzufallen? Das Wichtigste ist auf jeden Fall, nicht auf Geldforderungen einzugehen. Das ist der allerwichtigste Punkt. Dann natürlich zurückrufen, selber Telefonnummer raussuchen und versuchen, den Verwandten, bekannten Enkel eben auch zu erreichen und im Zweifelsfall die Polizei anrufen. Und im Fall Bischof ist das Kind jetzt in den Brunnen gefallen oder wie? Also das Geld ist weg, da werden wir die Täter nicht mehr wiederbekommen und auch der Herr Bischof wird das Geld mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr wiedersehen. Mehr als 1000 Senioren wurden 2012 Opfer des Enkeltricks. Die Täter sind in den meisten Fällen nicht ermittelt worden. In Köln hat Kommissar Heinen Trickdiebe festnehmen können. Als falsche Wasserwerke haben sie Senioren in ihren Wohnungen bestohlen. Kommissar Heinen hat Fotos der Beute ins Internet gestellt. Eine ältere Dame erkannte ihren Schmuck. Es handelt sich hier um diese Kette recht unscheinbar, aber mit individuellen Merkmalen, die die Dame auch anhand derer, die Dame die Kette auch wiedererkennen konnte. Und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft können wir diese Kette nun auch der Dame wieder aushändigen. Der Kommissar macht sich gleich auf den Weg, um die Kette seiner rechtmäßigen Besitzerin zurückzubringen. Die Adresse kennt er bereits. Tatsächlich gehört die Kette zu den gestohlenen Schmuckstücken von Christel Warnecke. Die Rentnerin kann es kaum glauben. Mit der Kette verbindet sie wichtige Erinnerungen. So, die Staatsanwaltschaft ist damit einverstanden, dass sie ihre Kette wiederbekommen. Und das freut uns natürlich ungemein. Das ist schön. Damit wir zumindest einen kleinen Teil wieder Rufmachung leisten können. Also einen kleinen Teil. Meine schöne Spinellkette mit der Tahiti-Berle. Genau, wie die erkannt haben. Ja, schön. Die dürfen wir jetzt wieder ihr eigener. An alle, die sich da bemüht haben für mich. Dankeschön. Schmuck im Wert von über 20.000 Euro haben die Trickdiebe hier gestohlen. Die Kette war das einzige Schmuckstück, das die Täter noch nicht zu Geld gemacht hatten, als sie verhaftet wurden. Wir haben einen Teil des Schmuckes wiederbringen können, der da am Aushändigen. Schönes Gefühl, leider ein Einzelfall. Im Großteil der Fälle ist der Schmuck weg, der Schaden ist da. Und um das zu verhindern, der Appell von mir an uns alle, erstens ein bisschen auffassen auf die Mitmenschen. Leute ansprechen, wenn uns was komisch vorkommt. Und an die älteren Herrschaften, trauen sie sich, die Einsatznull zu rufen, wenn sie irgendwas Verdächtiges bemerken. Sprechen sie die Nachbarn an, haben sie die Tür zu, lassen sie keinen rein ins Haus. Damit sowas wie bei der Frau Warnecke nicht häufiger passiert. Wenn das Zuhause zum Tatort wird, bleibt das Gefühl der Sicherheit auf der Strecke. Beratungsstellen der Polizei informieren, wie man sich vor Einbrechern und Abzockern schützen kann.